Al-Balathuri, mit vollem Namen Abu el-Abbas Ahmad ibn Yahya ibn Jabir al-Balathuri, war ein bedeutender muslimischer Historiograf im 9. Jahrhundert. Sein Geburtsjahr ist unbekannt, er starb gegen 892 in Bagdad. Er studierte in Damaskus, Homs, Antiochien und bei Gelehrten seiner Zeit im Irak. Möglicherweise war er persischer Abstammung. Da er auch als Übersetzer aus dem Persischen ins Arabische am Kalifenhof der Abbasiden, vor allem unter Amutawakil, wirkte. Er war auch für seine Lobgedichte für den Abbasiden-Kalifen Alma-Mun bekannt. Er gilt neben Ad-Tabari als einer der besten Kompilatoren historischer Nachrichten der ersten Jahrhunderte des Islams aus den Schriften seiner Lehrer und aus denen früher Geschichtsschreiber, deren Werke zum größten Teil verloren gegangen sind. Werke Das Buch der Eroberungen, Kitabal-Futu, Kitabu-el-Futu Auch unter dem Titel, Die Eroberung der Länder, Futu-el-Bul dann bekannt. Das Werk beginnt mit der Auswanderung Mohammeds nach Jethrib Medine, behandelt allerdings nicht alle von dessen Feldzügen. Die Darstellung der kriegerischen Aktivitäten der Prophetenzeit beginnt mit der Beuteverteilung der Banu Nadir und endet mit den Bekehrungsversuchen. In Al-Yamam, die dann im Jahre 633 nach dem Tode Mohammeds zu heftigen Kämpfen mit dem sogenannt falschen Propheten Musa'lima führten. Die Nachrichten über die Eroberungszüge beginnen mit der gewaltsamen Niederwerfung der aufständischen Araberstämme unter dem ersten Kalifen Abu Bakr und enden mit der Eroberung der Gebiete am Unterlauf des Indus unter dem zweiten Kalifen Omari B. N. Al-Chetab. Das Buch ist erstmals von Michael Jandege herausgegeben und von Philipp Kori-Hitty und F. L. Murgotten ins Englische übersetzt worden. The Origins of the Islamic State Die deutsche Übersetzung des Werkes hat dann Otto Rescher besorgt. Im Orient ist das Buch mehrfach allerdings nur in unkritischen Leseausgaben gedruckt worden. Die beste Edition geht auf Salah Abdin Al-Munadji zurück. Die Genealogie der Adligen Ansabal Araf Ansabu el-Asraf ist das Hauptwerk Al-Baladuris. Da der Verfasser zu seinem Lebenswerk kein Vorwort, in dem der Titel im Allgemeinen Erwähnung findet, verfasst hat, wird der Werktitel in den Folgegenerationen unterschiedlich überliefert. So spricht man von der Zusammenfassung der Genealogie der Adligen und ihrer Nachrichten, Der Damascener Gelehrte Eben Asakir, der das Werk in seiner 70 Bände umfassenden gelehrten Biografie zitiert, spricht von einer Zusammenfassung der Adligen-Genealogie andere. Wiederum nennen das Werk einfach das Geschichtswerk von Al-Baladuri, Tarich Al-Baladuri, Tarihu el-Baladuri. Oder die Genealogie von Al-Baladuri, Ansabal-Baladuri, Ansabu el-Baladuri. Der Werktitel, die Genealogie der Adligen, der sich dann auch in der Fachwelt gefestigt hat, nennt der andalusische Historiker Ibn Olabwa, der sich einer Kopie des Autographs bedient hat. Das Gesamtwerk umfasst in der vollständigen Handschrift von Istanbul, die zwischen 1000 und 1004 in Kairo hergestellt wurde. Rund 2500 Seiten und ist nur unwesentlich kürzer als die analystische Weltgeschichte von Ed Tabari. Weitere Fragmente des Werkes liegen in marokkanischen Bibliotheken, in der Staatsbibliothek zu Berlin und in Paris. Das Werk beginnt mit einer kurzen genealogischen Übersicht der Araber über den Zweig des Ismail, über Noah bis zu den Vorfahren der Quraysh in Mekka. Der Biografie von Mohammed sind rund 260 Handschriften-Seiten gewidmet. Dem Kalifat der Abbasiden, unter dessen Herrschaft er selbst wirkte, widmet der Verfasser nur rund 140 bis 150 Handschriften-Seiten, während die Zeit der Umayyaden den Schwerpunkt des Werkes ausmacht. Auf rund 900 Seiten werden alle Kalifen der Dynastie und die historischen Ereignisse ihrer Zeit aufgrund einer breiten Quellenbasis abgehandelt. In seinen Grundzügen geht das Werk Al-Baladouris über die üblichen genealogisch-biografischen Darstellungen weit hinaus und ist als eine grundlegende Quelle der islamischen Geschichte zu verstehen. Die Biografien der Kalifen sind durch Untertitel in Kapitel aufgeteilt, in denen frühere Monografien zu historischen Ereignissen während der Herrschaft der Kalifen ausgewertet werden. Im Abschnitt über das Kalifat des Utmani B. N. Affan wertet der Verfasser U. A. die Monografie des Historikers Abu Michnafu. D. T. das Buch über die Wahl und seiner Ermordung, das Buch über die sogenannte Kamelschlacht, das Buch über die Schlacht bei Sifin, die in chronologischer Reihenfolge und historischer Kausalität mit der Ermordung des Kalifen zusammenhängen. In der Beschreibung des Kalifats von Mawan I. I. B. N. Al-Hakam werden neben der Genealogie und Biografie des Herrschers auch die des Gegenkalifen des Abdallah I. B. N. A. Z. Zubair und seine Ermordung, ferner das Schicksal seiner Anhänger und Gegner nach früheren Quellen, die heute verloren gegangen sind, eingehend abgehandelt. Zahlreiche Zitate aus der zeitgenössischen politischen Poesie runden die einzelnen Kapitel ab. Ein anonymes Werk U. D. T. Kitabal Uyunwa Elhadaiku Fiyahba Elhakwa Iku Kitabal Uyunwa Elhadaiku Fiyahbari Elhakwa Iku Das Buch der Wasserquellen und Gärten über die Berichte von Wahrheiten, herausgegeben von M. J. D. Goye in der Reihe Fragmenta Historikorum Arabi Chorum, weist große Gemeinsamkeiten mit den entsprechenden Passagen von Al-Baladouris Ansebal Araf auf. Werkhausgaben nach Erscheinungsjahr Die erste Ausgabe nach der Berliner Handschrift hat der deutsche Orientalist Wilhelm Al-Wat hergestellt. Anonyme arabische Chronik Sie, vermutlich das Buch der Verwandtschaft und Geschichte der Adligen von Al-Baladouri. Aus der arabischen H. S. der Königlichen Bibliothek zu Berlin Petermann 2633 autografiert und herausgegeben von W. Al-Wat. Greifswald 1883 Erst im Jahre 1936 ist die Werk-Edition an der Hebräischen Universität Jerusalem wieder in Angriff genommen worden. B. D. I. V. B. behandelt das Kalifat von Yatid I. E. B. N. Muawiyah The Ansebal Aschraf of Al-Baladouri Published for the first time by the School of Oriental Studies Hebrew University Jerusalem Darüber siehe die Buchbesprechung in Jerusalem Studies in Arabic and Islam Ben 20 S. bis 278 B. D. I. behandelt die Genealogie der Araber, die Biografie Mohammeds und die Wahl des ersten Kalifen Abu Bakr Et. Mohammed Amidullah Kairo 1959 B. D. V. behandelt die Ereignisse unter Udman Ibn Affan, Mawwan I. Ibn Al-Hekam und Al-Mukhtar Unter dem obigen Titel herausgegeben von Shlomo Deo V. Goyan Jerusalem 1936 B. D. I. V. A. Et. Max Schluessinger mit Ergänzungen von M. J. Kister Jerusalem 1971 B. D. V. I. B. Behandelt das Kalifat von Hishami B. N. A. B. D. Al-Maliki B. N. Mawwan Et. Khalil Ethemine The Max Schluessinger Memorial Foundation Jerusalem 1993 Teil 3 Behandelt die Abbasiden bis zum Kalifat von Al-Madi Herausgegeben von Abd al-Assis-et-Duri Bibliotheka Islamika 28c Wiesbaden 1978 Teil 4 Eintel behandelt die ersten Umayyaden, beginnend mit Muawiyah I. I. Ebn Abisuyan Herausgegeben von Nishan Abbas Bibliotheka Islamika 28d Wiesbaden 1979 Teil 6a behandelt die Banua B. D. Sams M. Uawiyah Ibn Abisuyan, Ziad Ibn Abihi, Yazid Ibn M. Uawiyah und Udman Ibn Affan Herausgegeben von Nishan Abbas Wiesbaden 1979 Weitere Teile sind hier einzusehen menaduk.bibliothek.uni-halle.de Ein isoliert stehender Band behandelt das Kalifat von Ali Ibn Abi Talib Et. Mohammed Berki Al-Mahmoudi, Beirut 1974 Die Fortsetzung vom selben Herausgeber behandelt Al-Assa Ibn Ali Al-Uzain Ibn Ali und Zaid Ibn Ali Ibn Al-Uzain Die von M. Schlo Essinger, Schlo Mudeo V. Goyen und M. J. Kista herausgegebenen Bände sind mit Hinblick auf die Editionsqualität bis heute unübertroffen bisher unübert